Nicht so nah, du machst doch noch Anbilder! Au! Das Baby, es lacht? Ja, Glückwunsch. Nein, äh, gut, ich entschuldige mich schon mal im Voraus. Aua! Aufhören! Entschuldigung! Entschuldigung! Das hat schon weh, ich weiß nicht. Entschuldigung, los, mal mein Gesicht! Entschuldigung! Warum hörst du auf? Weiter machen! Okay, ich hab's kapiert. Ich kann's vortäuschen, ich kann's vortäuschen. Okay, okay, täuscht's vor. Au! Aufhören, okay, stopp! Okay, ich hab da ne Idee. Stellt euch mal vor, wie übel sie mich hauen könnte, wenn ihr uns erst runterlasst. Oh, ja, ich könnt ihn so richtig verdreschen. Ich mein, du musst ja nicht so doll hauen, ne? Oh, ich denke schon. Was? Oh, ich bin immer noch sauer auf dich. Kappt die Seile! Schnappt ihr einen Stopp oder sowas? Was? Was? Ja! Wollt ihr noch mehr? Ja! Findet ihr, dass dieser winzige Zweig reicht? Ja! Nein! Nein! Rösser! Nimm den Größen, den du findest! Tut mir leid, Junior. Ich muss den Leuten geben, was sie wollen. Okay. Ich will die Schnacken und ich zieh weg! Wolfsrudel! Fang sie! Warum hast du mich immer weitergeschlagen? Um sie abzulenken! Komm da! Wir sollten die Seile durchtrennen! Ach nee, was denkst du, was ich mache? Wolfsrudel! Formation Wolfsbrücke! Hängebrücke! Was geht da vor? Die Wölfe durch eine Hängebrücke. Wie ist das bitte möglich? Keine Ahnung. Okay, dann weg hier. Hängebrücke! Und weg! Das wird unser Ende! Los! Steh! Den Körper! Vergiss ihn! Ich flipp aus! Das Ding können wir als Ding benutzen! Genau das Ding! Zu den Dingen! Los! Du kriegst wie ne Affe! Du kriegst wie ne Affe! Wolfsbrücke! Formation Wolfsbrücke! Wolfsbrücke! Aus! Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Die sind so unberechenbar! Haha! Friesen! Wolfsbrücke! Formation Wolfsbrücke! Wolfsbrücke! Ich wusste nicht, dass Wölfe im U-Boot sein können! Das hab ich noch in keiner Tier-Doku gesehen! Okay! Schnell! Zum Flugzeug! Was? Ich dachte, das ist kaputt! Nein! Ich hatte noch ein Ersatzteil! Wir kriegen Leute! Wir kriegen Leute! Ich weiß nicht mehr! Ah! 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 Alles klar! Und los! Junior! Ja! Da drück ich jetzt natürlich nicht drauf! Warte! Ach, ich könnte da jetzt so leicht drauf drücken! Und das würde gar nicht die Kraft kosten! Guck mich nicht so an! Rück das Winsting aus! Sonst fressen wir euch! Wir fressen euch sowieso! Das sagt man nicht! Zuerst verhandelt man! Und dann frisst man sie sowieso! Ach so! Wir werden euch nicht fressen! Dafür ist es jetzt zu spät! Oh nein! Nein! Junior! Und los! Jetzt wird geflogen! Es fliegt nicht! Was? Es fällt! Wozu habe ich mich gerettet?